Und es geht weiter. Ich baue immer noch an meinem Lager rum. Ja. Das dauert wie immer ziemlich lange. Aber am Ende lohnt es sich ja. So. Diese 5. Was wollt ihr also? Das Gebäude ist einsatzbereit. Gut. Ist was. Dann brauche ich auf jeden Fall eine Schamanenhütte. Lasst uns lieber Krieg führen. Woher gut? Eine Schmiede. Ups. Passt da auch hin. Arbeit. Immer nur Arbeit. Oh oh. Ein Feuermeister. Ein Feuerspucker. Wie viele verschiedene Arten gibt es denn da? Mein Gott ey. Komm her. Ha. Treffer. So. Keine Last. Was wollt ihr sonst? Mittleres Haupthaus kann ich auch noch gebrauchen. Was setze ich da an? Wie setzt ich das denn also? Am besten hier so. Ja. Lasst uns lieber Krieg führen. Und der ist schon wieder tot. Oh. IchPE damit ja. Wah. Was ist das? Ich ещё auch. Wir sind da. Was ist das? Was ist das? Oh, da ist noch meine Arbeit. Ich bin faul an der Sack. Verdammte Scheiße. Na, 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 na. Sind ein bisschen viele, finde ich. Wohin? Das Gebäude ist einsatzbereit. Wohin? So, dann baut ihr mir jetzt ein Blutheiligtum. Jetzt passt die Oma auch noch hin. Verdammter Mist. Die meinen es wirklich ernst langsam. Vielleicht versteht ihr bald, warum ich den Spalt hasse. Ich könnte hier ein Nahrungslager hinbauen. Ja. Aber zuerst brauche ich die dazugehörige Fischerhütte. Arbeit. Immer nur Arbeit. Guckt euch das an. Ihr versteht, was ich meine, oder? Was jetzt? Die Fischerhütte hat er fertig gebaut. Nein. Ach, du müde. Was wollt ihr? Wo sonst? Keine Last. Ihr baut jetzt auch noch ein Nahrungslager. Wo ist das? Da. Am besten die Rechte. Schon dabei. Die 1000 Fisch kann ich gut gebrauchen. Wo sonst? Ja. Dann brauche ich eine Ruhmeshalle. Was? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das sind eindeutig zu viele. Aber die Basilisten hauen schon wieder ab. Es sind, glaube ich, so Patrouillen. Keine Last. Gut. Was jetzt? Dorthin also. Es ist nicht wirklich viel Lenin hier, da oben. Sonst noch irgendwo was. Hier noch ein bisschen Eisen. Keine Last. Was wollt ihr? Noch ein Feuerling. Komm doch her, komm los. So, was baue ich für Einheiten. Ach, ich baue einfach nochmal eine Ruhmeshalle. Spricht eigentlich nichts dagegen. Was wollt ihr? Ja. Dorthin also. Verdammt. Ich wusste, dass das passiert. Nein. Vorsicht, Gegner. Ja, genau das ist jetzt mein Problem. Die hauen ab und... Und erzählen ihren tollen Chefen, was hier passiert ist. Oh. Verbesserung ist fertiggestellt. Kann ich eigentlich auch so ein Gebäude zerstören? Ja. Ist was. Das ist schon mal gut. 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 Dann baue ich hier nämlich noch erstmal das Holz ab. Bevor ich da alles niederholze. Ein Feuerspucker und ein Feuerling kommen mich besuchen. Ja, komm schon her. Schwächling. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ich muss wegen dem Läden hier aufpassen. Ich hab nicht allzu viel. Ich hab nicht allzu viel. Erstmal ein paar Kämpfe. Übrigens immer. Ich sollte dann noch ein bisschen mehr Nahrungslager bauen nachher. Oh. Oh. Ja, dann bis zum nächsten Video.